Besuch im Studio von Malangatana Valente Nguenia. Er ist Maler, Grafiker, Schauspieler und Musiker und die herausragende Figur Mosambiks im Bereich der bildenden Künste. In seinen Bildern werden die Geschichte und Zeremonien seines Volkes sichtbar. Kampf, Hunger und Zerstörung, aber auch Leben und Liebe wird auf eindrucksvolle Weise auf die Leinwand gebannt. International hat er schon längst einen festen Platz gefunden. Sein Bühnenbild für Nelson Mandelas Geburtstagskonzert im Wembley-Stadion im Sommer 1988 konnte von 700 Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt bewundert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 des ZDF für funk, 2017 im Anschluss im Kraftstoffkazin im Wasser